Also generell ist Angst eine falsche Gerade. Wie ich mich vor 32 Jahren selbstständig gemacht habe, konnte ich auch nicht wissen, ob das falsch oder richtig war. Jede Zeit und jede Ära hat ihre Höhen und Tiefen, dass es zum Schultern gibt. Und da muss ich Alt und Jung zusammensetzen und eben dort Empathie erfüllen.